ARD Text im Auftrag von Funk 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 Maid, Keef, bitte. Lass ihn... Oh mein Gott. Lass ihn... Warum sollte er... Da steht ja jemand. Maid, Keef, bitte. Ich weiß noch nicht mal, was Keef heißt. Ist das irgendein englisches Wort, was ich noch nicht kenne? Stop crying. Crying mit Y, I, N. Das ist vollkommen falsch, oder? Äh, ich glaube in die ENG kann man kein Y haben, oder nicht? Ich weiß es nicht. Oder vertue ich mich da jetzt so sehr... Keine Ahnung. Ja man, der hat einen Aim wie Sau. Ja, irgendwie schon, der trifft mich immer. Ja und außerdem, wenn er so schlecht sein soll, warum heilt er den dann so gut? Ich hoffe, was Minderwertiges. Mal ganz im Ernst, die Community ist doch dumm. Der stirbt einfach. Ich habe das Gefühl... Ich kann einfach nicht mehr gegen... ...den Sniper gewinnen. Der Sniper ist einfach zu Sniper. Vor allem wenn ich nicht mehr springen kann. Hi. Okay. Heute bin ich Rage. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit auf DM gespielt hast. Vermute ich nicht, weil du zumindest, soweit ich es noch in Erinnerung habe, der so gut wie du nicht spielst. Ich spiel gerne DM. Ich habe meine KDs ja runtergegangen. Der übelst schlecht. Die war mal auf 4. Okay. Ne, ich meine, ob dir aufgefallen ist, dass sich die Leute immer noch darüber beschweren, dass wenn sie irgendwas schreiben, immer noch gekillt werden. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich hab's so was. Hilf mir doch, Mann. Ja, ich war zu behindert, um da hoch zu springen. Dann werd ich gesniped. Mann. Ich hab dich nicht extra mitgenommen. Du weißt mal ganz genau, dass du. Du weißt, ich hab's schon seit 3 Jahren nicht mehr gespielt. Hast du nicht. Ja, nicht wahr. Das Ribo. I want to have some weapons, mit denen ich töten kann. Mit der Triebe. Naja. Ich hab dir den DKS geschossen. Ah, fitten. Alter. Dieser Sniper. Ich bin doch auch schlecht. Ich bin doch auch schlecht. Ich versteh nicht, was der will. Wir sind beide schlecht. Nein, mir such ich eigentlich gar nicht so, bitte. Guck mal. Der laggt wie scheiße. Bei mir haben alle 20er bin. Trotzdem laggt die. Weil die hat mich grad getroffen, obwohl ich Meilen weg war. Ähm. We should leave. Nein. Ich bin so gut, ich treffe nichts. Oh mein Gott. Ich hab einen getötet. PS. PS Power. Boah. Uah. Ich hab getroffen, oder? Ich hab getroffen, oder? Na ja, was wir mal machen. Oh. Ich hab mich noch hochgesprungen, obwohl die Scheiße schon weg war. So brauchen wir eine Zeitlupe, man. Die. 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 Aua. Ich hab mal von der getroffen. Ich hab grad runtergekommen, ne? Ja, zu mir. Nein. Die hat der 3 HP oder so. Töter. Die andere auch noch. Ich hab 8 HP. Die hat auch nur noch 8. Glaubst du zumindest. Hab sie. Nein, das zu mir nicht. Hab ich nicht. Aha. Oh. Sie hat Punkt, Punkt, Punkt geschrieben. Bestimmt, weil wir gespawnt sind, wo wir gespawnt sind. Was ist falsch? Ich verstehe gar nicht, was dem so ein Problem ist. Ja, was ist Liebe? Was ist Liebe? Baby, don't hurt me. Wow. Don't snipe me. In the air. No more. While I was on the ground. Ich war an Boden und der hat mich in der Luft getroffen. Ich hasse den Leng. Motherfucker. Ich bin so gut in das Match. Ich glaub das einzige was ich in das vorlieg, wenigstens halbwegs kann es ein bisschen rushen. Ich glaub das einzige für ich da bin. Für ich lebe. Ground. Ach da drüben ist die. Wird ground geschrieben. Ich fahr so lange ich mir in der Schule. GROUND. Hey, da bist du richtig. Ich glaub du leid. I was on the ground. G-R-O-und. G-R-O-U-N-D. Man. Aber du hitt... ...me... ...in... ...the... ...air... ...anyway. Alter, hat jetzt neben mir gesnipet. Man. Hat mit meinem Gesicht gesnipet. Glaubst du das trifft auch wenn man die Kamera von dem Spieler trifft? Du warst auf dem ground. Ich war. Du warst. Du! Hat der fuck wie du nicht gestorben ist? Das ist eine Frage. Ja. Man. Meinte ich hinter das jetzt schon abdrücke von... ...an meinen Armen, weil ich einfach... ...zu brutal meine Arme an meinen... ...tisch quetsche. ...kann ich... Aber hey! Wegen dir sind wir wenigstens... ...fasst noch gleich auf mit dem Gegner. Das ist warum... ...ich... ...need so... ...auch... ...nach... ...so richtig. Ähm... Ja Junge, ey, was ist Liebe? guck mal der hat mich getroffen obwohl ich in der wand vorbei war ja wie schon sagt ich selbst auch immer mir vorbei und trufft mich das ist es vorliegt kennt man doch hitbox auf jahrtausend die männliche box ist viel größer als die weiblich hast du schon gemerkt habe ich ja erklärt ja oder bis jetzt habe ich dir das an kennt das video gezeigt mann die leute sollte sich mal mit prescaling geschaffen zwischen geschaffen ich möchte es verkaufen und gucken was prüfen meine die sind mal angucken was hier ist das was sie machen ist hier ja auch reines ach ja das macht total spaß sie einfach die ganze zeit nur zu sterben wenn man ich ist wieso hast du helfe also eigentlich war mein cd 88 88 oder 88 als was jetzt eigentlich bock zu wollen schuten gegen die ich bin da ich will immer ich habe gemacht es kommt vielleicht demnächst neuer ist vor sie sind es vorliegt groß diesen keine ahnung mehr pro season nicht unbedingt dann hätte ich was wenigstens mit dem kommt nein lass sie einfach nur alleine rapen und die andere immer vergessen die kommt sowieso mich an die andere jetzt mal oder du hilfst mir jetzt mal ja wenn ich wenn ich mich nicht wohl schütet mit ihrer sniper quickscope trifft ihr mit ihrem reber ganz schön oft ne mit ihrem plus nuller ich hatte keine sp zu deutschland das hätte ich normalerweise ein strong cut gemacht aber hat leider nicht funktioniert die trifft mit ihrem plus nuller die trifft immer geht eben wo der warum ist sie nicht gestorben in der frage im bot und habe gleichzeitig die trifft nur das ist doch echt einem eine frau mann also da gehe ich muss sagen kommentiert auch für mich getroffen ich verstehe das nicht ich habe kein revo das ist kein revo ich war mit dem jam und die springt runter und trifft mich dann in der luft einfach ja das ist echt schrecklich bei seite ich glaube wir machen gleich eine andere runde ja glaube ich auch die runde ist ja nicht mehr schöne weiß ich glaube das wird das wird der erste lose den ich mit dem account ja ich habe schon die neuen auf den zwei ich habe den hier auf 9 du siehst schon ach ja natürlich hat sie mich getroffen hätte mich sicherlich gesehen wir dringen wollen er kann wetten ich werde mit dir kommt jetzt von der anderen seite ich werde mit dir irgendwie aufs dach kommen was er so schwer ist in der map ich komme mich so ein bisschen um die hielerin da glaube ich die winkel auch noch schauen gehe ich ab hier bester spieler eu 19 15 ja 19 15 was los das play of all time die weg es ist das kein 4 4 nein ist kein film die idioten außerdem hat sie erst 55 ja die rechnet alles mal zwei ist einfach so ich habe nämlich einmal bein benutzt alter die spammt mich einfach warte mal nein ich habe keine bombe mehr sonst hätte ich mich jetzt selbst gemacht da oben ist sie ach ja vollkommen gesehen also bitte und die mag anscheinend kein PS und einfach gern auf deutsch jetzt zu bleiben ne kein bock mach ich lieber nicht ach ach was wundere ich mich überhaupt dass sie mich die ganze zeit treffen ey wieso das denn ja keine ahnung die cause ist doof die hat einen scheiß recoil das ist ein pro die muss pro aim haben obwohl es heim ich bin auch voll pro und ich habe kein aim auf all time ja du bist ja auch gerade ein rookie aber wenn dein pro account spielst hast du genauso gut guck mal das kann nicht sein mit einem plus null aree wo so viel zu damage'n ich komme mich ganz hoch die schluckt die schluckt doch jetzt nur die frage was sie schockt ja genau weil wenn es auch so ne tolle ziel ist behind the wall du hast die andere einfach getötet mit deiner bombe weil sie auf mir gesprungen ist ich hoffe sie legt überhaupt keine meter komm schon treff fuck ihr fucking kidding zum glück bin ich so gut ufc plus 10 semi unpenning ist ein gut bad pen das ist ein pen alone falls verstehe ich nicht das ist ein pen alone nö 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 klar benutzt kupft verdienen depuis probieren although blünsche fedrinnen imply dank plo gibt auch so gute alele nicht noch was Muir Ich glaube es aber auch nur du. Richtig. Sie hat damit einen besonderen Aim-Botsch. Wo sie doppelt aimen kann. Glaube ich hier. Ist tot. Ich weiß. Jetzt geh doch mal schneller da hin. Die heilt dich schon wieder hoch. Ja das ist mir schon klar. Aber wenn ich so kacke bin. Macht Hölle auf zu jumpen. Lauf doch einfach. Die fickt gleich schon wieder mit ihrem Rollen. Wo wäre ich. Verrückt. Kein einziges Mal getroffen. Das ist doch unglaublich ey. Leute. Ich weiß. Ich bin der beste Spieler EU. 1915. Und ja. Mehr kann ich einfach nicht zu sagen. Ich bin einfach der Beste. Wir haben gewonnen. Das ist jetzt die erste Halb. Trotzdem haben wir gewonnen. In der zweiten Halb. Das wird vielleicht mal öfter bein. Der Heck funktioniert von der nicht innerhalb. Nicht nach dem Spiel siehst du. Deswegen ist sie gestorben. Ja ja. Macht bestimmt Sinn. Das muss. Warte mal. Ich hab den doch irgendwo schon mal gesehen. Das müsste doch ein Deutscher sein. Äh. Okay. Okay. Der Damage Mann. Der Damage. Muss man mal gesehen haben. Ich hab von 109 nur noch 65 gehabt. Also sagen sie keine Sniper mehr. Das ist mir das alles egal. Glaub ich dir. Aber dann kann sie mich jetzt nicht mal one-hitten. Außer mit dem Baseballschläger. Die steht da oben. Die kannst du voll mit der Semi snipen. Oder ich geh einfach hoch. Ja. Steckt immer noch auf dem Dach. Oh fuck. Jetzt ist die andere auf dem Dach. Jetzt geh doch einfach mal aufs Dach. Ja. Meine SP sind leer. Du bist so ein Komplett hoch zu jumpen. Das ist einfach. Ja. Das stimmt auch. Das ist aber übrigens 3er Crit. Und. Ich weiß nicht wie sie mich treffen konnte. Aber sie hat's getan. Ja. Mit Glass zu wallshooten ist nicht das beste. Die ist einfach nur traurig. Ich weiß nicht wie sie war schon mal. Hier ist doch keiner mehr. Da. Ja man. Ja man. Ja man. Ja man. Wie viel Damage du hast. Wie viel AP hat die noch? Wie ist es die voll? Die andere hat eben noch hier. Wieso ist die hinter mir auf einmal? Alter. Zum Glück gibt's keinen Boost in DM. Wär aber cool. So von wegen du bist 10.000 Punkte hinten. Kriegst jetzt einen Damage Boost von 1%. Das wird so geil. Ach man. Nee. Also mit Swords. You're lagging. Ich hatte kein SP mehr. Fuck. Tch. Bad. Bad ist schon richtig bitter. Also. Wir meinen jetzt nicht bad ist bitter. Das ist great. Nein. Das war ja. In mein Schock. Verstehe ich nicht. Das ist great as well. What was yours? Ähm. Keine Ahnung. Darki hat 18. Bei mir hat die 43. Also ist ihr eigentlich im Grunde schlechter. Ihre Millisekunden. Ihre Millisekunden sind gut ey. Pass auf. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ihre Millisekunden sind gut. Mhm. Okay. Der war nicht. Ich finde den Match schön. Ich finde den auch nicht schlimm. Was ist mit dem läuft? Halt den doch immer. Echt was besseres kann man nicht erwarten. Hinter dir. Ja. Ich weiß aber. Hg hat die dabei. Einfach ein Hg. Ja klar. Die ist gedocht. HD tot. Die hat doch vier Waffen. Die hat doch vier Waffen man. Mit vier Waffen. Drei Waffen. Vollidiot. Hey. Ich hab mich umgebracht. Guck. Obwohl. Sie hat gesagt sie hat mein Schock. Richtig. Und vielleicht ja doch vier Waffen. Richtig. Hacker. Hacker reporten. Bitte danke. Es wäre so witzig wenn die jetzt reportet werden würde. Gorscht hat Preem. Ja. Gorscht hat anfangs Capsules. Gorscht hat gegen Preem. Gorscht hat gegen Preem. Wieso treffe ich den nicht? Keine Ahnung. Wie heißt Darkie? Was erwartest du? Gorscht hat Preem gegen. Anfangs Caps. Gorscht hat Beginner Caps. Gorscht hat Beginner Caps. Welcher Engländer sollte bitte schön... Ah ja doch. Beginner ist ein englisches Wort. Ich hab... Ja ich habe... vergast. Ich vergast die englische Sprache. Tut mir echt leid. Achtung die ist hier drin im Haus. Genauso wie ein Mann. Oh Mann. Achtung hinter dir. Perfekt. Ja. Oh mein Gott. Die ist hier drin. Hä? Die hat vier Waffen dabei. Nein. Nein. Doch hat sie. Davor hat sie mit Duels auf mich geschossen. Nein. Die hat keine Duels. Natürlich. Nein. Nein. Mann die hat einen Zapf. Die hat einen Baseballschläger und eine AG. Sie hat mit Duels auf mich geschossen. Du bist einfach nur ein bisschen behindert. Oh das war dumm. Egal. Warum? Hast du dich doch getötet. Ich meine sonst würdest du dieses Lüse nur verschwenden. Du hast ja sonst nie was damit. Richtig. Ich kann auch nicht zu sein damit. ich habe gerade ein krit gegeben achtung vor dir ja bei team das match ist richtig schlimm dieses zwei gegen eins zu leben was sagen es ist immer die die beste begründung in allem wissen du gerade ich habe keine ahnung da wo wir davor genau da oben nach unten wow jetzt bin ich so weit weg das ist einfach den nagel nagel ich habe mir jetzt die hälfte meiner leben punkt lebenspunkt ich habe es aber wieder sein sie trifft das übelst krass man jetzt hier vorhin mit einem schuss mehr als die hälfte meiner lebenspunkt abgezogen sie trifft immer noch kann die mal runter kommen ist doch nein war so richtig toll gemacht ganz richtig gestorben auf dem dach dies da oben auf dem dorf mal gucken ob ich noch irgendwie hochkomme sie sich hier oben spimmeln wieder die locken ja ich weiß es nicht schön sind doch die es gibt wenn du verstehst was ich meine ha du witz ich weiß danke komplett davon und vor allem wohnt manchmal habe ich das gefühl dass in ihren plus sieben ist ob es mehr schaden macht als mit meinem plus zähnen bei gauss any way because sammeln typen wollten dass er das spielt das ist auch schön sondern die beste begründung bei allem das ist ebenso Ja, from dead, from dead, from dead, dead, nazistic country, nazi, ja man, das ist so geil. Nicht getroffen, getötet. Warum schreiben wir dann nicht einfach in Harmonie? Du bist dumm. Ach, wieso, ich liebe Englisch, sogar mehr als Deutsch, ich hasse die deutsche Sprache. Ja, ja, ich weiß nicht, aber das ist deine Muttersprache. Das ist einfach nur daran, dass ich total kack in Deutsch bin. Ja. Vielen Dank. Mache ich doch gerne, was auch immer ich getan habe. Alter. Treff mich nicht. Oh shit. Trau du mir nicht mal, Kills. Werd du nicht getroffen. Ich kann nichts dafür. Plus 7 macht zu viel Schaden. Ja, plus 7 ist in Wirklichkeit das neue plus 20. Ne, das neue plus 85. Das hat es vorliegt jetzt einfach so geändert. Die meinten, komm, plus 7 ist so cool, geben wir denen mal so ein extra Boost von plus 80. Das haben sie bei plus null gemacht, Mann. Also so fühlt es sich an. Die Twinblades, ne? Ich treffe nicht. Ich treffe einfach nichts. Ich will mal ein Equipment mit Twinblades. Oh mein Gott, ich habe so ein geiles Equipment, was ich zum Rushen benutzen könnte. Aber das gibt mir sicherlich niemand. Ich treffe nicht. Dann gebe ich es dir. Revo, Twinblades, HG und Anker. Du kennst mich, du kennst das Equipment noch. Ja. Hab ich gerne. Hab ich gerne gespielt. Breaker, HMG und, ähm, Katana. Klar, Mann. Klar, nein. Am Arisch. Und als Skill Metallic. Junge, wie? Deine Equipment sind noch gayer als die, die ich sonst bekommen. Mach ich doch extra. Was? Weil ich dachte, du magst es hart. Aber nicht so! Ne, ich stehe es nicht so auf gay. Schade. Ich dachte, weil, weil du Dark hier bist. Halt's mal. Ruhe. Bis lang. Hey, guck mal, ich hab wenigstens mal 68 Punkte. Krasser Mensch. Das ist 68 Punkte? Ja, natürlich. Ist voll auf. Goal! Bin grad am, am Follow-in. Hier ist drin, hier drin, hier drin, hier drin im Haus. Zwei Leute. Bin da! Bin da! Ich treff nicht! Ich treff nicht! Baseballschläger! Sehe! Wer ist tot? Ja. Diese Twin Blades, Mann. Was haben die für eine scheiß Range eigentlich? Die sind immer noch im Haus. Oh cool, sie heilen sich grad. Die haben 69 Punkte. Und sie heilen sich. Ich bin mal getroffen. Hallo. Hilfe! Ich bin dort. Erstmal auf den Healer gehen. Und dann auf die, die ich nie treffe. Ja! Ja! Ah, Mann. Ich will auch ein Crash-Thomber. Bad. Nicht Präm. Ist das Präm? Das ist kein Crash-Thomber. Ja, ich weiß. Das ist eine Frying-Pan. Ist die Präm? Ja, das ist Präm. Ich will aber keine, die nicht Prämie. Willst mich verarschen. Willst mich verarschen. Verpisst dich. Verpisst dich. Verpisst dich. Verpisst dich, hab ich gesagt. Danke. Danke. What? I'm coming. Oh, fuck. So, in dem Moment kam ich so angeflogen, wie dein hellgelstrahlender Rüstung. Wie viel Kill Assists hast du? Wie viel Kill Assists du hast? Wie viel Kill Assists ich habe? Ja. Ähm. Gibt einen Punkt, also 12. Okay. Ich brauche mal 6. Ja, weil du mir immer alle meine Killz klaust. Immer. Ja, permanent. Pass auf, guck. Habe ich geholt. Ich war ja wach. Der Oberprobe. 19... 1915. Ah. Ich hole ich mit dem Oberpro. Ich hole die jetzt. Na, du versuchst das mal. Schaffst du das sowieso nicht. What? Ich sag das schaffst du die nicht. Was? Diese, was? Was? Die sind beide fast tot, glaube ich. Die eine ja, die andere ist fast voll. Was? Wieso hat sie fast voll? Die sind beide voll in meiner Brust. In der Bombe reingelaufen. Ah, sie eklig. Äh, sogar mehr Punkte. Nein, hat er nicht. Oh fuck. Nicht wirklich. Kommt her, meine Süßen. Ich muss jetzt eigentlich anmachen. We are swagalicious. Nein! Nein! Ich will den Kill noch holen. Das muss da einfach sein. Tut mir leid. Zweigelicious. Muss einfach immer sein. Ohne mehr jetzt geht ihr 38 Kills weniger. Level up! Ich auch. Und zwei Missionen fertig. Oh mein Gott. Wie lange ging das? Das ging volle halbe Stunde, ne? Ja, natürlich. Ach du scha- Was erwartest du bei 100 Punkten und 4 Personen? Wenn man bei Level 13 bekommt man eine Earth Bomber plus 10 für 3 Tage. Was ist das? Yo, what the fuck? Ich habe bisher nur noch 6 Caps mit jeweils 1000 Pendern. Ach wie sch- Und einen Characterslot. Nice. Gut. Ich mag Characterslots. Die sind toll. Gut. Es war. Es war. Es war. Es war nicht die beste Folge die ich hier gemacht habe. Aber ich hoffe es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Like da. Oder besser gesagt bewertet einfach. Es freut mich immer am meisten. Und schreibt doch einen Kommentar, was ich als nächstes machen kann. Equipments und sowas. Und damit nein nicht dieses Equipment. Und wenn ich immer dieses Equipment, was er vorhin gesagt hat, hinschreibt, ich blockiere ihn direkt. Außerdem... Er blockiert ihn einfach. Er blockiert ihn einfach. Ja genau, ich blockiere den Kommentar direkt. Außerdem wünsche ich einen schönen Tag und dann natürlich auch und schon bei ihm vorbei. Nur dass man Kommentare nicht blocken kann, sondern nur die Person, die diese Kommentare verfasst hat. Und du kannst den Kommentar auch blocken, indem du ihn leuchst. Ja, man kann ihn löschen, aber deswegen ist der Kommentar nicht geblockt. Weil niemand mehr lesen kann. Das ist aber nicht gebürt sein, gelöscht zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Wieder den Tisch. Tschüss. Schreibt weiter mal vorbei. Nochmal. Ich hab auch eine Youtube-Kanale. Geh sterben. Ich bin ein Esel.